Willkommen beim Unboxing und ersten Test der Monster DNA für 130 bis 150 Euro circa. Bekommt hier eine große Auswahl von coolen verschiedenen Farben von Monster hier, was ihre On-Ear Kopfhörer angeht. Wir haben euch schon die Active Noise Cancellation Inspiration vorgestellt. Die sind auch nicht schlecht, haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, aber für circa fast die Hälfte des Preises kriegt ihr hier wirklich viele verschiedene Farben. Ich habe jetzt ganz klassisch ein White Tuxedo bekommen, was sie übrigens auf techhalf.de auch verlosen. Schaut auf jeden Fall rein, beide könnt ihr dort gewinnen. Wenn wir uns jetzt einfach die Verpackung anschauen, eigentlich recht schlicht gehalten, sehr schick, ist in so einer Folie verpackt, die ich gleich abwachen werde. Mit der Schere an der Seite haben wir nochmal beschrieben, dass wir hier ein Kabel hier mithaben werden und zwar Control Talk für Apple heißt, wir können die Lautstück regeln und Anrufe annehmen und auch zum nächsten und letzten Song gehen. Wenn wir einmal drücken, kommen wir zum nächsten, nee, zweimal drücken zum nächsten, dreimal drücken zum letzten und einmal drücken für Stopp und Play natürlich. Genau, aber wir schauen uns sowieso gleich an, was genau hier drin sein wird. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, unsere Musik an einen zweiten Kopfhörer weiterzugeben. Also wenn eure Freunde die Musik mithören wollen im Bus oder in Filmshow, im Flieger oder sonst irgendwo auf dem iPad, könnt ihr auch hier mit dem Kopfhörer entsprechend die Musik immer weitergeben. So, auf der Rückseite haben wir hier nochmal ein bisschen beschrieben oder von Monster beschrieben, was das Gerät alles kann, wie zum Beispiel Noise Cancellation, aber nur weil das hier schön die Ohren auf die Ohren sich so drauf legt. Also nichts aktives Noise Cancellation. Man kann zusammenklappen, gibt verschiedene Farben, das habe ich schon gesagt und natürlich einen tollen Monster Sound. Und ich mache jetzt einfach mal hier das Ganze auf, dafür habe ich jetzt eine Schere, denn die Folie ist nicht immer ganz einfach abzumachen. So, hier steht oben nochmal drauf, bitte nicht zu laut Musik hören, denn natürlich laute Musik kann euer Gehör schädigen. Und dann klappen wir das Ganze einfach schon mal so auf. Und dann seht ihr hier auch gleich nochmal die wirklich hochwertige Verpackung, wo hier ein kleiner Zettel drin ist, den ich rausziehen kann. Hier seht ihr einfach nur ein großes Monster draufstehen und auf der Rückseite entsprechend noch ein bisschen was zu lesen. Also eigentlich nicht allzu spannend. Was spannend sein wird, ist, was wir hier unter diesem Text verbinden oder finden, wo übrigens der Chef von Monster oder Head Monster, Noel Lee, noch was Schönes hier geschrieben hat. Brauche ich jetzt nicht vorlesen, denn das wäre relativ lange, aber es steht natürlich wie immer drin, sie haben sich viel Mühe gegeben bei der Erstellung dieser Kopfhörer und damit oder beim Perfektionieren des Sounds. So, und das müsst ihr unbedingt sehen, bevor ich sie raushole. Schaut ein bisschen aus wie so ein Alien Baby in der Verpackung. Sieht sehr gut aus und macht auf jeden Fall schon mal Lust, sie hier rauszunehmen und sie gleich auszuprobieren. Fühlen sich schön leicht an. Aha, hier war so eine Folie drin, damit sie sehr bequem hier drin sitzen können. Und dann haben wir hier unten natürlich noch zwei kleine Böckchen, die ich mal kurz raushole. Einmal. Und zweimal. Und derweil lege ich die Verpackung mal hier kurz weg. Dann schauen wir uns erstmal das Kleine hier an. Was ist hier wohl drin? Zwei Kabel, zumindest scheitest du. Und ein weißes Cleaning Bench, ja, Cleaning Quarf heißt es ja auf Englisch schön. Heißt, ihr könnt diese spiegelnde Oberfläche von dem weißen probieren, sauber zu halten. Wobei weiß meistens auch eher nicht so wirklich Schmutz, also Fingerabdruck zumindest anziehend ist. Schmutz natürlich eher. Dann haben wir hier einmal ein Straight Audio Cable in Grau. Ich mache mal hier kurz das Teaser auf und zeige es euch. So, und zwar hier ein wunderschönes Kabel mit einem Plus-Minus-Knopf und dem Monstern-Knopf in der Mitte. Man spürt relativ schwer, dass man was gedrückt hat, weil man muss das Gummi wirklich reindrücken. Und innen drin ist dann so ein kleiner Knopf, den man auf keinen Fall hören kann. Und die Rückseite ist aus Chrom. Sie schaut sehr schick aus, aber ihr müsst es unbedingt noch auf der anderen Seite festhalten, um das zu drücken. Und sofort sind dann Fingerabdrücke drauf. Aber das Mikro ist auch dort. Wir haben an dem einen Ende natürlich hier das gerade Ende, was den Kopf reingehen wird, mit vier Polen. Und auf der anderen Seite genauso vierpolig das, was in euer Smartphone reingeht, hier nur angewinkelt. So, soviel zum einen Kabel. Und das andere Kabel, ja eigentlich genau das gleiche, nur ohne Controller dran. Und trotzdem Flachband, brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Natürlich auch wenige Anschlüsse, aber alles vergoldet. So, was ist denn hier in der großen Verpackung drin? Steht gar nichts drauf, außer DNA. Ich wollte schon DNA sagen, aber das ist ja ein Netzwerkstandard. Und wie erwartet, ist hier eine Hülle drin, mit der ihr euer Kopfhörer hier bequem transportieren könnt. Fühlt sich sehr extravagant an. Ich weiß, es haben schon öfter welche kommentiert, dass ich gerne mal in die Sachen reinrieche. Aber das hängt nur damit zusammen, dass diese Sachen, die in China hergestellt sind, meistens so nach künstlichem Öl riechen. Und hier könnt ihr auch schon sehen, wirklich eine sehr hochwertige Hülle. Beziehungsweise auch eine praktische Verpackung. Ich nehme sowas immer gerne für Kabel oder Smartphones mit, wenn ich mehrere Smartphones hier mitnehme. Hier steht nochmal DNA Monster drauf. Vorne oder oben könnt ihr das Ganze hier zuziehen. Aber natürlich nicht nur so weit, sondern wirklich auch so, dass ihr komplett oben das Ganze hier zugezogen habt. Und ihr könnt es auch auffängen, wenn ihr das entsprechend so mitnehmen wollt, an eurer Tasche oder ähnliches. Hier diese Monster-Kopfhörer. Ich mache es mal wieder auf. So, lege es hier hin. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal diese Kopfhörer an. Ihr habt ja lang genug gewartet. So, wie setzt man die denn auf? Da muss ich nochmal kurz schauen. Rechts steht hier einmal drin und links. Das heißt, die würden dann am Ende so hier auf meinem Kopf aufliegen. Muss jetzt mal ein bisschen hier weiter runterziehen, denn ich habe doch einen relativ großen Kopf. Und wenn ich sie hier aufsetze, tatsächlich, ich höre mich schon ein bisschen dumpfer. Heißt, die haben etwas neues Cancellation mit dabei. Werden jetzt auch nicht von meinem Kopf runterfallen. Das ist auch schon mal sehr positiv. Aber sind auch schön leicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal schauen, wie biegsam sie sind. Ja, das kann man schon gut durchbiegen. Aber es hat sich jetzt schon mal ein bisschen geknarzt. Also dafür ist, glaube ich, hier nicht ausgelegt, dass man sie hier wirklich durchbiegt. Wobei man sie wunderbar auch so einklappen kann, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und dann kann man sie auf sehr kleinem Raum auch so mitnehmen. So, und was können sie? Sie können, ja, schön weich sein hier. Das fühlt sich super an. Und dann muss ich noch herausfinden, an welchem Ende ich das Kabel reinstecke. Wobei ich das, glaube ich, meistens egal ist. Aber normalerweise steckt man das Kabel immer auf der linken Seite rein. Also mache ich das auch jetzt einfach mal hier links. So. Nehme das andere Kabelende und stecke es an mein Smartphone. Wo noch die Inspiration gerade verbunden waren. Ich weiß, ich habe das Kabel jetzt nicht aufgemacht. Aber halb so wild. Denn ich muss ja hier nur am Controller einen Knopf drücken. Den mittleren. Und dann seht ihr gleich auf meinem G2. Wird auch schon die Musik abgespielt. Wobei, wie gesagt, diese... Der Kontrolle auch mit Android wunderbar funktioniert. Und der Sound ist wirklich gut. Also der Bass ist gut. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht hören. Aber ich kann mich auch selber übrigens nicht hören beim Sprechen. Aber es hört sich auf jeden Fall besser an wie erwartet. Übrigens sonnt die so aus, wenn ihr es von der Seite anschaut. Die sind von vorne sehr unauffällig. Also angenehm klein eigentlich vom Design. Aber vom Sound, wow. Dafür, dass sie so klein sind. Und wenn ich jetzt zweimal drücke, komme ich zum nächsten Lied. So, und schon geht es weiter hier mit dem nächsten Lied. Das seht ihr jetzt nur, wenn ich das Display anmache. Genau. Also ich habe mir auf jeden Fall schlechter Reservatet. Für 130 Euro können sie auf jeden Fall auch mit zum Beispiel den Thor Republic V10 mithalten. Die ja auch übrigens genauso viel kosten. Tracks V10. Okay, da sind nur weniger Kabel mit dabei. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt Freunde hätte, die wie gesagt mitführen wollen, kann ich einfach am anderen Ende das Kabel anstecken. So. Flick. Die anderen aufsetzen. Und jetzt höre ich sie auch. Die ist natürlich leiser, weil ganz so viel Strom natürlich vom Handy nicht ausgegeben werden kann. Aber nicht viel leiser. Das sind vielleicht 10, 20 Prozent. Was in dem Bus oder so auf jeden Fall noch genug sein sollte. Im Flieger ist es immer so eine Sache. Je nachdem auch, wenn man einen Film hört oder so. Wie laut das ist. Aber auch übrigens natürlich um den Hals hier gehängt. Schauen diese DNA auf jeden Fall ganz gut aus. Und ja, das war es ja auch schon mit dem ersten Test. Ich bin positiv begeistert hier von dem. Und ihr werdet es auch sein, wenn ihr es dann entsprechend gewonnen habt bei uns bei Tech-Kfd. Und bis dahin einfach nochmal reinschauen, was wir sonst so mit den Produkten noch vor Weihnachten euch zeigen. Und auch nach Weihnachten sind wir dann auf der CES. Also vielleicht gibt es auch wieder neue Monster-Produkte. Denn das ist eine Firma, die aus Las Vegas ist. Übrigens, falls ihr es nicht gewusst hättet, steht aber auf der Box auch unten drauf. Und jetzt muss ich hier wieder das aufräumen auf dem Tisch. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Gahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir, wie gesagt, gefallen sie sehr gut. Und für den Preis sowieso. Und einfach, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Und schaut wieder rein. Bzw. schaut auf Amazon auch mal rein. Ob ihr vielleicht eine Farbe findet, die euch von denen gefällt. Denn es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele.